Mami, wieso bist du denn nicht auf Alfs Rücken reingeritten? Ich war nicht in der Stimmung. Was ist das für ein Brei? Das sind Florentinereier mit einer Glasur aus Mandarinerangen. Wieso gibt es eigentlich nur noch Mineralwasser zu trinken? Alf bekommt es zum Einkaufspreis von der französischen Botschaft. Arge dich nicht, Kate. Heute Abend haben wir unseren alten Alf wieder. Warte nur. Na, hoffentlich. Ich will auch nicht mehr länger Omelette als Schulbrot. Keiner will mehr mit mir tauschen. Gut, die Woche ist vorüber. Und was mich angeht, so esse ich eine ganz normale Orange. Willi, ich glaube nicht, dass ich diesen Tag noch überstehe. Machen wir doch heute einen Ausflug. Sehr gute Idee. Kommt schon, das ist doch alles Unsinn. Warum sagen wir Alf nicht einfach, dass er gewonnen hat? Einverstanden. Du hast gewonnen. Gewonnen, Madam? Die Wette ist vorbei. Du kannst jetzt diesen Tischbesen und deinen falschen Akzent ablegen, einen großen Rülp zu lassen und weitermachen. Ja, das ist sauer aus. Was wir meinen ist, wir wollen unseren alten Alf wieder haben. Verzeihung, ich muss darauf bestehen, dass wir dies zu Ende führen. Ist denn nicht das eine ihrer Regeln, Dinge zu Ende zu führen? Ansonsten enden wir im Chaos und unser Zusammenleben wäre unmöglich. Also gut, wir hauen ab. Wir sehen uns um sechs Uhr vierzehn wieder. Sechs Uhr vierzehn? Sechs Uhr vierzehn. Dann geht die Sonne unter. Und dann ist die vereinbarte Woche zu Ende. Und dann bist du endlich wieder du selbst. Wo wollen wir hingehen? Ganz egal. Irgendwohin, wo es schmutzig ist. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns wieder nach deiner Metamorphose. Ach, Sir William. Gibt es vielleicht ein spezielles Gericht, das Sie gern zu meinem letzten Auftritt hätten? Ja, vielleicht. Da gibt es eine Sache, bei der Kate immer ein bisschen Schwierigkeiten hat. Es ist Ente à l'orange. Zero Probleme. Dazu würde ich einen herzhaften Burgunder empfehlen. Das ist ja fabelhaft. Zählen Sie auf mich. Willi, kommst du bitte? Bin schon auf dem Weg. Und, äh, wir möchten auch nichts Besonderes zum Abendessen. Sechs Uhr dreizehn. Nur noch eine Minute, mein lieber Lucky. Dann stürze ich mich auf dich wie der Bussard auf die gesammelten Innereien. So, die Ente à l'orange dürfte wohl fertig sein. Trink ein Glas Wein. Das verlangsamt deine Reflexe. Oh, tout à l'or. Das Gas ist an. Aber ich habe vergessen, es zu entzünden. Na ja, es ist nie zu früh und selten zu spät. Dann werden die Herrschaften wohl auswärts. Bis, 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 bis Untertitelung des ZDF, 2020